Das Huawei MatePad Pro 13,2 Zoll. Großes Tablet mit super Display. Wir haben das Gerät für euch getestet. Das 13,2 Zoll große OLED-Display hat uns beeindruckt. Es ist sehr hell, bietet satte Farben und eine geschmeidige Bildwiederholrate von 144 Hertz. Die Performance reicht für die meisten Apps mühelos aus, nur die Grafikleistung ist eher mittelklassig. Bei der Videowiedergabe hält der Akku 13 Stunden durch, beim Surfen 8 Stunden. Das sind gute Werte. Das Betriebssystem Harmony OS hat im Vergleich zu Android weiterhin einige Einschränkungen, unter anderem beim App-Angebot. Mobiles Internet kann das Tablet zudem nicht verwenden. Ihr seid auf WLAN beschränkt. Und auch ein Kartenslot zur Speichererweiterung ist nicht an Bord. Das Huawei MatePad Pro 13,2 Zoll bekommt ihr ab rund 1000 Euro. In unserem Test erhält es die Gesamtnote gut. Unser Alternativvorschlag ist das Samsung Galaxy Tab S9 Plus ab rund 900 Euro. Das sehr gute Samsung Tablet ist in einigen Varianten günstiger, aber leistungsstärker und super ausgestattet. Das Display ist mit 12,4 Zoll ein wenig kleiner.